ist die Inflationsausgleichsprämie bis 3.000 Euro anrechenbarer Hinzuverdienst auf eine Rente wegen Erwerbsminderung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe eine ganz interessante Mailanfrage am 23.12.2023 erhalten, also kurz vor Weihnachten. Da schreibt mir ein besorgter Arbeitnehmer folgendes, ich gebe es sinnhaft wieder, er bezieht eine Rente wegen Erwerbsminderung und hat eine Hinzuverdienstfreigrenze von 42.000 Euro pro Jahr. Ich vermute, dass sie hier eine Rente wegen teilweise Erwerbsminderung beziehen, denn ihre Hinzuverdienstgrenze, die Sie hier benannt haben, ist ja deutlich höher als die allgemein geltende Grenze für eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. So und jetzt ist es so, sein Arbeitgeber möchte ihm die Inflationsausgleichsprämie zahlen. Das ist sehr, sehr löblich, finde ich prima und er sagt, was nützt es mir, wenn ich die 3.000 Euro bekomme, wenn die auf die 42.000 Hinzuverdienst angerechnet werden, dann wird sie mir ja sozusagen bei der Rente wieder angerechnet. Also will ich darauf gerne verzichten, meine Damen und Herren. Herr Knöppel, können Sie mir mal sagen, werden denn die 3.000 Euro als Hinzuverdienst an eine EM-Rente überhaupt angerechnet? Ist das überhaupt anrechenbarer Hinzuverdienst? Meine Damen und Herren, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ich gehe sofort in die FAQs des Bundesministeriums für Finanzen rein. Dort hat der Herr Lindner oder irgendein Mitarbeiter von ihm da was ganz Tolles gemacht. Und zwar hat er hier FAQs gemacht. Das heißt also, dort werden schon die entsprechenden Fragen im Allgemeinen beantwortet. Und ich steige einfach schon mal ein mit der ersten Frage. Was ist denn überhaupt die Inflationsausgleichsprämie? Das ist eine freiwillige Geldleistung von Arbeitgebern für Arbeitnehmer in der Zeit vom 26.12.2022 bis 31.12.2024. Als steuer- und abgabenfreie Leistung kann man da bis 3.000 Euro bekommen, meine Damen und Herren. Das ist das erste, steuer- und abgabenfrei. Und jetzt kommt die entscheidende Sequenz, damit Sie das auch mal sehen. Und zwar unter der Frage 23. Ist die steuerfreie IAP auch sozialabgabenfrei? Ja. In der Sozialversicherung fallen aufgrund der Steuerfreiheit für diese Leistung keine Abgaben an. Da es sich bei dieser Leistung, und das ist das Entscheidende, meine Damen und Herren, nach dem § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Sozialversicherungsentgeltverordnung nicht um Arbeitsentgelt im Sinne des § 14 des SGB IV handelt. Und Arbeitsentgelt, nur Arbeitsentgelt, was nach § 14 SGB IV als Arbeitsentgelt bewertet wird, ist generell geeignet als anrechenbarer Hinzuverdienst. § 96a SGB VI verweist im Wortlaut auf die Vorschrift des § 14 SGB IV. Das heißt also, nur das ist Arbeitsentgelt als anrechenbarer Hinzuverdienst, was auch Arbeitsentgelt im Sinne von § 14 SGB IV ist. Meine Damen und Herren, damit habe ich Ihre Frage doch mal beantwortet. Nein, diese IAP, diese Inflationsausgleichsprämie, ist steuer- und sozialabgabenfrei. Nein, sie wird nicht als Hinzuverdienst an eine Rente wegen Erwerbsminderung angerechnet. Ob sie denn eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bekommen oder eine Rente wegen teilweise Erwerbsminderung, ist völlig egal. Die bis zu 3.000 Euro IAP sind kein anrechenbarer Hinzuverdienst nach § 96a SGB VI in Verbindung mit § 14 SGB IV. Meine Damen und Herren, damit das aber auch klar ist, Ich beziehe mich ganz klar auf die FAQs. Ich beziehe mich auch auf meine Rechtskenntnisse. Im Zweifel sollten Sie bitte aber auch hier ganz klar die kostenfreie Beratung Ihres zuständigen Finanzamtes nutzen. Als Arbeitnehmer haben Sie einen Anspruch darauf, dort entsprechend beraten zu werden. Oder aber Sie gehen zu Ihrem Steuerberater oder örtlichen Lohnsteuerhilfeverein. Die können Ihnen dann auch nochmal sozusagen bei der Inflationsausgleichsprämie Rat und Hilfe geben. Beim Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein müssen Sie Geld dafür bezahlen, Honorar zahlen, beim Finanzamt nicht. Unsere Leistungen sind auch honorarpflichtig, aber hier in diesem Video sage ich Ihnen ja klipp und klar, dass ich davon ausgehe, dass die Inflationsausgleichsprämie kein anrechenbarer Hinzuverdienst an die EM-Rente ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Nöppel